Willkommen zurück! This ancient city occupies many layers, each one being the foundation for the next. It is a labyrinthine maze of dead ends and forgotten walkways. Danger lurks around every corner. He has shown great resilience. But this journey will take him longer than anticipated and deeper than any man has ever ventured in centuries. He will need all... Alright! We are going to continue! Ehm... Livingstone, huh? Schriftrolle! I'll open it! What a beautiful thing! Wunderschön! Nationalpark or something, probably. Okay. Okay. Naja, ja. Hat schon was episches das Spiel. Hup! Okay. Granaterl wieder mehr. Ah. Ah shit, das möchte ich nicht. Ich hab mich nicht getroffen. Weg! Okay. Du bist kein Gegner mehr für mich. Verdammt. I kill you! Ähm... Waaah! Okay. Zuck. Zuck! Boah, das zirrt gescherte Energie. Aber bist du gelähmt? Na man! Alles geht! Ha! Jawohl! Reite die Spinne! Ein Jugendraum. ähm, ja okay, das können wir eh schon war cool kann ich springen, ja? wow ah, geiler shit ich möchte mit der Spinn in den Abgrund springen das müssen wir ja nochmal machen, wahrscheinlich naja, dann killen wir es, wenn ich jetzt schade ciao, ciao, zwicki ah, alright, holen wir sie, brauchen wir ja, nett aber auch so eine Spinn kann mich nicht mehr aufreden für das bin ich schon viel zu mächtig äh, okay hmm, wie ist das nochmal gegangen okay ich habe mich schon wieder in den Abgrund links hängen und schade, dass man sich da nicht umschauen kann, irgendwie das ist ein wenig schade wow, hat mir die HB auch, oder wie? na, der Hund gibt mir Stuf ... ... Wow Weg BAH Ah shit Der hundhält'n direkt gescheit wie raus komm schon down jawohl ok auf, oben, um tja ohne, nein wo geht es da weiter ah ok ah jetzt kann ich schwingen ok ich denke mir schon, es kann fast nicht sein, dass man nicht schwingen kann schwing schwing ok ah 2 ah shit ah nah fuck 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 muss meine Messer ah da muss ich die Säge wieder machen, genau oder nicht unglaublich stark der Gabi Belmont wie man sieht schwingen nein tja und jetzt runter wahrscheinlich na boah hu knapp aber doch da komm ich nicht drauf da komm ich nicht drauf da oben auch nicht dann geht es jeder weiter wie der Spider-Man schwingt er was ist denn das wie ist denn das Nasenbär na 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 ohhohoho ok kommt der große Bruder oder der Papa boah boah das war knapp aber er hat er haut seine eigenen kameraden da kameraden da komm schon hau her ich bin viel stärker als du oder auch nicht da 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 kann man verdammt viel huah huah ja leck doch leck mich doch huah na das wird spannend ich glaub da mach ich was falsche ich muss den wahrscheinlich zu dem Stein locken kann man wahrscheinlich unendlich gehen oder so oder auch nicht na ja doch naa ich will nicht sterben na ja dort na ja doch nicht na jetzt fach fach na so jetzt ach spurt na der Hund folgt mich fach bach fach 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 naja sie zauern fach 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 naja können wir sehen wir es gerade noch mal ha HA! Schluss! Jawohl! Meine Hand gibt's da. Ich kann mir die Magie abplanen, solange es geht. Ich hoffe, dass der mich nicht abgeschmeißt. Da würden wir lieber. Tschüss! Ciao, 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 tschüss, Kuh! Ähm, ja. Ah! Wie gerufen kommt mir das? Okay. Na? Was haben wir da? Gar nichts. Oh, oh. Oh, komm mal gleich rein, oder was von dir? Ah! Boah! Pinner du! Da haben wir dann alles rein, was geht! Ah! Hätten wir schon killen können! Aua! Was macht er denn da am Breakdance? Was macht er denn da am Breakdance? Na, ich weiß es nicht, jetzt stirbst du mal, oder was? Jawohl, finish him! Finish him! Ah, ich muss ja gar nicht ausschauen! Ah! Das ist ja schon ein gemeiner Kerl! Ähm, wo geht's weiter? Äh, da bin ich hier! Ah, okay! Äh, ja! Wann bin ich hier! Hmm, die Kletterpartien hätten es vielleicht ein bissel unspruchsvoller machen können. Weil das, ja, der halt sich jetzt automatisch fest... Hätten es noch irgendwie, keine Ahnung, Ausdauer-Lästner oder so eine machen können, vielleicht, dass er sich nicht ewig festhalten kann. War ganz lässig gewesen. Können wir das schwingen? Schwing, schwing? Nein. Okay. Hm. Oh oh. Betsy ist wieder da. Ich falle jetzt da runter, hm? Ja. Ja. Oder nicht? Oh. Okay. Ich werde wieder reiten können dann mit dir. Ich will dich reiten, Betsy. Boah. Nein. Nein. Das macht, glaube ich, ganz gut Schoden. Nein. Ha. Da hast du keine Chance gegen mich, denn ich bin Jean-Paul Belmondo, Gabi. So, reite, ich reite dich zurecht. Arrrr. Tick, 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 tick. Ähm. Ich werde wieder schnell ein Brückenbeben. Naja. Schade, dass man nicht mit ihm abgrund springen kann oder so. Das wäre ganz... Ich meine, da baut er sich ein Brücken, wo er hundertmal umspringen kann. Tschüss. Naja, gut, dann... Mach's gut. Ich glaube, da hätte ich umspringen auch gekriegt. Naja, ja. Aber warum nicht? Naja, ja. Naja. 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 Find's schade, dass sich das wieder automatisch ähm entleert da. Kann man nicht sparen. Die Magie. Was findet man denn da jetzt? Einen Magiestein oder einen Lebensstein. Okay. Wieder ein Eichelsteiner oder was? Halt davon, oder? Schattenmagie-Medallion. Schattenmagie-Medallion. Foda. Okay. Dann mache ich mir Schaden. Und das werde ich dann mit dem rechten Bumper... Bumper... Auflohnen. Nehme ich ein Stück an. Neh, laden wir das einmal aufschneiden. Das wird sich auch von selber anbauen wahrscheinlich. Okay, rechts. Okay. Witzig. Das dauert halt nicht lang. Das ist mein Problem. Das werden wir wahrscheinlich keiner brauchen. Ah. Okay. Ich wollte vorher schon sagen... Dass man das übersieht, aber das muss man sich eh holen praktisch. Oder? Lichtmagie. Gesundheit. Rechts. Okay. Passt. Ich verstehe. Ich hoffe, ich komme dann mit dem zu recht. Was weiß ich schon mit der Schattenenergie oder was? Was? Boah. Boah. Okay, die sparen wir sie. Boah. Boah. Dann bist du da etwas. Okay. Ich kann ihn praktisch aufladen, was ich will. Entweder mit dem rechten oder mit dem linken. Coole Sache. Okay. Taktisch. Clever. Die Dolchen sind da... Kann der mal irgendwie wieder abgekriegen oder so. Ja, witzig. Boah. Witzig. 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 Nehmen wir schwingen müssen. Dann kann man nicht schwingen. Okay. Nicht schlechtes System Kann man das ausschütten, ist das leicht? Stört mir, wenn ich mich da selber ein wenig schauen, was weitergeht Aber ich glaube nicht Zugeständnisse an die Casual Gamer Ist er frischend einfach eigentlich im Vergleich zu Dark Souls Ich könnte mir höchstens einen Schwierigkeitsgrad aufstellen, aber übertreiben brauchen wir ja nicht Das ist momentan auch angenehm zum Spielen Man muss eh nicht mehr gefordert werden, so 100% Na gut, Level complete, wir sehen uns in den nächsten Folgen, bis gleich Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal